Weaning ist die Entwöhnung von der Beatmung. Ursprünglich heißt Weaning abstillen und das trifft es auch ganz gut. Die Beatmung wird beendet, das geht aber nicht immer von jetzt auf gleich. Da braucht es ein Team von erfahrenen Beatmungsexperten, die dafür sorgen können, dass der Übergang von der schwachen Muskulatur nach langer Beatmung in das eigenständige Atmen wieder gut gelingen kann.